Was ist eigentlich eine Abmahnung? Das ist wichtig für Sie als Betriebsrat, denn wenn Mitarbeiter eine solche mal vom Arbeitgeber erhalten haben sollten, werden sich diese Mitarbeiter an Sie als Betriebsrat wenden, zum Beispiel in der Sprechstunde, und werden fragen, geht das eigentlich? Warum habe ich das bekommen? Und vor allem, wie kriege ich sie vielleicht wieder aus der Personalakte raus? Was ist die Arbeitgeber? Er könnte gerne besser arbeiten, kann aber nicht. Und verhaltensbedingt, und darum soll es jetzt vor allem gehen, wäre, der Arbeitnehmer könnte besser arbeiten, will aber nicht. So, und wenn jetzt der Arbeitnehmer eine Arbeitsvertragsverfehlung begeht, zumindest aus Sicht des Arbeitgebers, erhält er eventuell eine Abmahnung. Wo ist eigentlich der Unterschied zur Ermahnung? Ja, eine Abmahnung, das hat zwei Funktionen. Nämlich einmal die Rügefunktion. Das heißt, der Arbeitgeber muss ein ganz konkretes Fehlverhalten eines Mitarbeiters rügen, indem er genau sagt, an dem Tag kamen Sie so und so für Minuten zu spät, obwohl Ihr Vertrag sagt, 8.00 Uhr ist Beginn. Sie kam aber nachweislich von Zeugenaussagen oder Stempeluhr um 8.10 Uhr, und das sind zehn Minuten zu spät. Sie haben keine Gleitzeit oder Vertrauensarbeitszeit, und dieses Verhalten duldet der Arbeitgeber nicht länger. Also ganz konkret nach Datum, Verfehlung und Person. Und jetzt kommt noch was Besonderes. Eine Abmahnung ist nur eine Abmahnung, wenn sie nicht nur eine wirksame Rüge beinhaltet, sondern auch eine Warnfunktion. Nämlich ein Hinweis. Und wenn Sie dieses Fehlverhalten in naher Zukunft nicht abstellen, drohen personelle Konsequenzen bis hin zur Kündigung. Das wäre dann eine Abmahnung. Und eine R-Mahnung hätte diesen letzten Part, die Warnfunktion, eben gerade nicht. Warum ist jetzt die Abmahnung so wichtig, auch gerade für den Arbeitgeber? Die ist deswegen so wichtig, wenn wir von verhaltensbedingten Kündigungen sprechen. Damit die überhaupt wirksam ist, weil der Arbeitnehmer könnte ja dagegen ja bei der Kündigung Kündigungsschutzklage erheben. Da gilt immer das sogenannte Ultima Ratio-Prinzip. Also hätte man diesen Umstand nicht durch ein milderes Mittel lösen können, als es dem Mitarbeiter verhaltensbedingt zu kündigen. Das wäre ja vielleicht die vorherige Abmahnung. So eine Art Watsche, ja, so eine gelbe Karte. Hey, so geht's nicht. Reiß dich am Riemen. So, deswegen mahnt man einen vielleicht auch ab. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich so eine Abmahnung erhalten habe, die also wirksam rügt und auch warnt. Da fragen natürlich auch manche Arbeitnehmer, Sie als Betriebsrat, ja gut, jetzt habe ich die bekommen. Vielleicht ist die auch mal zurecht erteilt worden. Ich hätte die gerne aber aus der Personalakte auch mal wieder raus. Weil da wird sie ja meistens dann aufbewahrt. Sei es in der elektronischen oder vielleicht noch in der händischen, da im Hängeregister, das ist ja egal. Die Frage ist, kriege ich eine wirksam erteilte Abmahnung wieder aus der Personalakte raus, wenn ich es wünsche und der Arbeitgeber das nicht so macht. Ja, und da muss man dann eben ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht kennen. Das wurde geurteilt im Jahre 2012. Es gibt bei der Abmahnung keine Verjährung. Verjähren können Ansprüche. Eine Abmahnung ist ja nun kein Anspruch auf Rausschmiss irgendwann, sondern es ist nur eine gelbe Karte, eine Warnung. Machen Sie es bitte in Zukunft richtig, sonst müsste ich mich leider von Ihnen vielleicht auch noch verhaltensbedingt trennen. Aber Abmahnungen können verwirken. Wir haben ja gerade gesehen, eine Abmahnung, damit es überhaupt eine ist, im Unterschied zu Erbmahnungen, hat ja wie gesagt die Rüge und die Warnfunktion. Und wenn ich jetzt die Rüge erhalten habe und mich jetzt in Zukunft vertragstreu verhalte, also nicht mehr immer dauernd zu spät komme, nicht die Mitarbeiter dauernd bespucke und beschimpfe und so weiter, nicht die Kunden abspenstig mache, dann sieht man ja, dass diese Rüge, die Warnfunktion, funktioniert hat. Und dann soll doch dieses, dass jetzt eventuell personelle Konsequenzen drohen, bis zur Kündigung, muss ja irgendwann mal hinten rüberfallen, weil mir ja gezeigt hat als Arbeitnehmer, dass ich mich jetzt vertragstreu verhalte. Und das BRG sagt, das Bundesarbeitsgericht, also eine Abmahnung verwirkt, hängt vom Pflichtenverstoß ein bisschen ab, aber spätestens grundsätzlich nach zwei bis drei Jahren, nach Abmahnungsausspruch. Und jetzt könnte ja sein, dass diese Abmahnung, um die es geht, die der Mitarbeiter, der Personalakte gefunden hat und jetzt mit Ihnen als Betriebsrat eben bespricht, dass die jetzt vielleicht schon fünf, sechs, sieben Jahre her ist. Man schaut mal in seine Personalakte rein, entdeckt die wieder und denkt sich, Mensch, stimmt, die müsste ich eigentlich mal rausnehmen lassen. Was soll das Ganze? Beantragt das beim Arbeitgeber, der macht aber nichts. Und jetzt fragt sie, der Arbeitnehmer, habe ich einen Anspruch, diese verwirkte Abmahnung herauszubekommen? Und da sagte BRG, das Bundesarbeitsgericht in 2012, so einfach geht es nicht. Wenn die verwirkte Abmahnung aber von ihrer Dokumentation her ist, es ist ja mal etwas schiefgelaufen in der Vergangenheit, fürs zukünftige Arbeitsverhältnis noch von Relevanz sein kann, wie zum Beispiel eine nachfolgende Kündigung, eine Versetzung, eine Umgruppierung, eine Beförderung, ein Zwischenzeugnis, ein endgültiges Zeugnis, dann bleibt die damals rechtmäßig erstellte Abmahnung, die aber mittlerweile verwirkt ist, in der Personalakte aus Dokumentationsgründen drin. Nur sagt das BRG, wenn es um geringfühlige Verfehlungen geht, was immer das auch seien, so im Einzelfall, und die lange zurückliegen, dann hätte man wohl einen Rechtsanspruch auf Entfernung. So, und das ist natürlich nicht ganz einfach, immer in der Praxis das festzuhalten. Das heißt, ich kann eher nur sagen, wenn man keine Löschungsfristen vereinbart hat, weder im anwendbaren Tarifvertrag noch in einer Betriebsvereinbarung, denn Einsichtnahme im Personalakten, das könnte ja auch unter Ordnungsverhalten fallen, 87 Nummer 1 der Betriebsverfassung, oder wenn es elektronisch hinterlegt ist, die Personalakte, die Nummer 6 von Paragraph 87, technische Überwachungseinrichtung, da könnte man ja mitreden, mitbestimmen als Betriebsrat. Und wenn jetzt aber keine Löschungsfristen da sind, weder durch Tarifvertrag noch durch BV, haben wir eben die BRG-Rechtsprechung, wo man eher sagen muss, also wenn es sich um total Mini-Verfehlungen geht, also mal eine halbe Minute zu spät gekommen vor acht Jahren, da wüsste ich auch nicht, wofür das noch in Zukunft relevant sein sollte, bleiben wohl die verwirkten Abmahnungen eher grundsätzlich drin. Diese und weitere Informationen zum Thema Abmahnung, Personalakte, Entfernungsanspruch, erfahren Sie in den Seminaren Arbeitsrecht, Teil 3, aber auch flankierend im Betriebsverfassungsrecht, Teil 2. Sie sehen also, wie wichtig es ist, dass man sich als Betriebsrat rechtlich auf dem Laufenden hält und nutzen Sie auch die Chance, auch gerade durch Seminare und so weiter, sich immer fit zu halten rechtlich, denn Sie sehen ja, so eine Rechtsprechung, die ich Ihnen gerade geschildert habe, da schüttelt man sich nicht einfach so aus dem Ärmel. Und es ist ja sehr, sehr wichtig, dass man diese Information auch an die Mitarbeiter weitergeben kann, denn bevor die irgendwelche Prozesse anleiern, womit sie vielleicht dann noch gegen die Wand fahren, haben sie vielleicht eher eine Information von Ihnen vorher als Betriebsrat, wo man vielleicht sagt, wir können uns ja nochmal mit dem Arbeitgeber zusammensetzen, aber wenn er es dann eben nicht macht, nicht entfernt, dann solltest du vielleicht auf eine Klage verzichten, weil die Erfolgsaussichten eher mau sind und dann hat man sich auch noch gleichzeitig das Verhältnis zum Arbeitgeber, sage ich mal, versemmelt und das muss ja nicht sein. Mein Name ist Arne Schrein, Rechtsanwalt aus München und Referent der WAF. Schauen Sie sich auch dieses Video an, welches die WAF speziell für Sie zur Verfügung stellt. Nutzen Sie auch das Gratisangebot und wenn Ihnen doch dieses YouTube-Video gefallen hat, abonnieren Sie am besten den Kanal. Auf bald. Tschüss.